Und der Weg ist nicht weit. Da vorne ist schon das Sonnenblumenfeld. Trotzdem aufpassen und vor allen Dingen nicht vergessen, hinter mir das Tor zuzumachen. Tschüss, ihr Bösen! Bleibt draußen! Geht's nach Hause! Beauty, du hast mir ja vorhin echten Herzinfarkt beschert. Och, was ist? Ocelot? Hey Ocelot, du hast doch eigentlich... Heißt du nicht Aphesda-Deal oder so? Ha. Hat der Filz hier neue Dinge getan? Moment. Der hat die Tage gesagt, er spielt Minecraft. Als ich ihn mal gefragt habe, was er so macht. Aber vielleicht hat er auch einfach eine eigene Map. Oder er spielt die neuen Versionsnummern. Das kann auch gut sein. So, nehmen wir erstmal Treppenstufen noch mit. Haben wir noch genug Cobblestone? Ah, ein bisschen. So, Treppenstufen nehmen wir mit. Und... Dumm, 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 dumm. Wir machen uns eine Schaufel. Ich habe ja auch schon wieder 30. Wir werden das Ding einfach verzaubern. Ne? Vielleicht kommt da Haltbarkeit mehr raus oder so. Was hätte ich... Ups. Gib her. Was hätte ich denn sonst noch so zum Verzaubern? Was gibt es denn da noch? Power, Power, Power. Sharpness, Smite, Smite, Looting, Unbreaking. Oh! Was? Im Ernst? Cool. Protection, Sharpness, Fire Protection, Affinity. Ja, Unendlichkeit wäre cool. Aber das geht ja nur auf Bögen. Stimmt ja. Efficiency. Ah, okay. Fire Protection, Efficiency. Und Bane of Arthropods. Okay. Wir verzaubern das mal eben. Ah! Scheiße! Ich bin immer noch auf 1, 6, 8 oder so gepolt, ja. Wo man noch keinen Lapislazuli brauchte, um Dinge zu verzaubern. Echt schlimm. So, jetzt aber. Also, erstmal das. Dann noch das. Und dann das. Und Unbreaking und Efficiency. Sehr schön. Das ist doch fein. Hui. Jetzt noch die Nacht wegschlafen und dann können wir da rumschippen. Heute habe ich einen ganz schön trockenen Mund irgendwie. Jam, jam. Ich könnte die ganze Zeit was saufen. Also, kein Durst oder so, sondern trockenen Mund. Vielleicht habe ich das Falsche getrunken. Zu viel Kaffee heute mal wieder. Nimm ein Bett mit. Nimm ein Bett mit. Auch wenn ich ganz, ganz sicherlich eh ständig wieder zum Kontor rennen muss, um neue Baumaterialien zu holen. Deswegen nehmen wir jetzt einfach was mit. Wobei, wartet. Ich muss ein bisschen Platz lassen. Schließlich müssen wir ja noch einen... Ähm. Oh, wartet mal. Betten habe ich gerade keine mehr, ne? Muss ich bauen. Müssen wir was basteln? Guck mal, wir haben so wunderschöne, rosafarbene Wolle. Daraus basteln wir jetzt ein Bett. Ach, ich weiß auch nicht, was mit meiner Wäscherei nicht stimmt. Also, ständig gebe ich denen meine rosafarbene Bettwäsche und danach ist die weiß und rot. Irgendwie schaffen die das immer, die Farben zu entfärben. Unglaublich. Tschüss, Mr. Parker. Na? Sind die Augen immer noch nicht in Ordnung? Ich muss doch mal gucken. Ach, und Regista trägt auch endlich wieder ihre normalen Klamotten. Sie trennen ihren Müll nicht! Ich hab's genau gesehen! Okay. Äh, ja, schön. Oh, da ist noch eine Spinne. Übriggeblieben von heute Nacht, ha? Hauptsache, du greifst mich nicht an. Ja, ja, ja. Und knurrt ihr nur mal da unten. Ihr habt doch gar nichts zu knurren hier. So, dann werden wir jetzt als allererstes mal hier die Treppenstufen einsetzen. Also, wartet. Äh, ich glaub, die müssen dann hier anfangen, ne? Ah, fuck ja, ich weiß! Ah! Ja, ist gut, ist gut. Ah, jetzt müssen wir da aufpassen hier. Das Ding einfach viel zu schnell alles rausnimmt hier. Da. Zack. Machen wir hier auch noch schnell. Zack. Zack. Du, 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 du. Ich bin auch ganz vorsichtig, ich drück nur einmal. So. Es ist doch viel zu viel gewesen. So, okay, so ist gut. Aha. Und diese Seite hier auch noch so. Gut. Naja, andererseits geht's dann halt echt mega schnell. Ich will auf jeden Fall hier so ein Beispielbereich schon mal fertig machen. So, dass ihr ja gucken könnt. Oh, verdammt. Ah, was hab ich getan? Das war falsch. Das war völlig falsch. Hier doch nicht. Da auch nicht. Auch alles falsch gewesen. So, hier. Hier brauchen wir jetzt. Das ist richtig, ja. Mhm. Okay. Ah, vielleicht können wir hier noch irgendwie so Nischen oder so reinmachen. Mit Gittern oder so. Einfach irgendwas so zur Verzierung vielleicht. Mal gucken. So, okay. Aha, aha. So, den Rest lasse ich dann jetzt aber erstmal. Wenn ich jetzt gerade die Schippe hier zur Hand habe, können wir noch das wegnehmen, was hier einfach zu viel ist. Ah, ich hab's gewusst. Das ist ein Drama hier mit dieser Schippe jetzt. Muss man sich schon beeilen. Mal schön mitgehen. Und ich muss aufpassen, dass ich hier nicht irgendwelche Hüllen jetzt öffne. Ja, ja. Ich weiß. Das hört sich irgendwie so nah plötzlich an, ne? Ja, 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 kein Ding. Da ich jetzt hier noch nicht weiß, was wir da hinmachen, packe ich erstmal einfach Erde drauf. Muss ich mal ein bisschen ein bisschen hier verbrauchen, damit wir dann auch gleich die Erde aufnehmen können. Und den Sand, den ich jetzt hier auch schon nicht mehr verwenden kann. Ja, 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 ja. So, okay, aber wartet mal. Wenn das Ganze jetzt hier so hoch steht, ne? Dann würde ich doch sagen... So, packen wir hier gleich noch so eine Säule hin. Und dann ziehen wir das jetzt hier noch so weiter. Gehen wir hier einfach genauso der Biegung mit, die das Erdreich hier macht. Also den Sand nicht, aber das ist erdreich. Das heißt... Hier muss hoch. Genau. Und hier muss hoch. Und da. Und da. Eigentlich müsste ich gleich ein Beispiel Pier machen, ne? So einen kleinen. Nur, dass man mal gucken kann, wie es dann aussieht. Okay. Nicht überall hier drunter muss ja jetzt Cobblestone. Wir machen ja jetzt einfach nur diese Biegung hier mit. Hier so. Gehen wir entlang. Ich würde so sagen, bis hier hin, ne? Oh. Da ist ja eine Höhle richtig. Huch. Die können wir dann gleich mal zumachen, ne? Okay. Wir machen das jetzt hier einfach hier so hoch. Einiges davon müssen wir auch gleich noch mit Erde ausfüllen. Höhle. Ist das schon die richtige Höhle? Jo, ist it. Ups. Da war vorbei. Ist genau die richtige Musik für sowas, ne? Die jetzt hier gerade läuft so. Dumm, dumm. Dumm, 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 dumm. Ah. Insbesondere dann, wenn man Fails macht. Und so. Okay. Und ein bisschen Erde. Ha. Dann können wir auch mit der Kanalisation bis hier hin übrigens gehen, ne? Dann hat die Kanalisation tatsächlich auch einen Ausgang. Oder einen versteckten Eingang. Das ist jetzt ja dann auch noch gleichzeitig ein versteckter Eingang. Ja, da müssen wir gleich zumachen unten drunter. Oh mein Gott, wird das hier eine riesengroße Cobblestone-Ansammlung. Aber gut, später sind einige Quadratmeter Cobblestone dann verdeckt durch Gebäude, denke ich mal. So, damit es jetzt hier ordentlich aussieht, machen wir das einfach hier noch. So. Aha. Genau. Wie viel haben wir denn noch? Ach. Cobblestone geht uns so schnell nicht aus, würde ich sagen. Er hat er auch nicht. Jetzt habe ich gerade alles hier zugemacht, nur um jetzt alles wieder aufzumachen. Und es gegen Cobblestone auszutauschen. Na ja. So ist es halt. So, ich würde sagen, bis hierhin reicht's. Der Rest wird jetzt halt mit Cobblestone ausgefüllt. Aufgefüllt! Dann kann ich hier mein Bett schön hinstellen. Wenn ihr möchtet, dürft ihr mal spekulieren oder beziehungsweise raten, was wir denn hier jetzt dann alles hinsetzen könnten, was denn Sinn machen würde. Also, erst einmal gibt's natürlich eine Hafenbehörde, würde ich sagen. Eine Hafenbehörde für alle ankommenden Schiffe. So, wartet mal. Ja, ja, alles gut. Dann, was brauchen wir noch? Eigentlich bräuchten wir auch eine Werft. Man könnte hier natürlich noch ein klassisches Kontor hinsetzen, so wie man das aus diversen Aufbauspielen kennt. Tja, was könnten wir noch machen? So eine kleine Hafenkirche vielleicht? Eine Kneipe natürlich. Noch eine ordentliche, zünftige Hafenkneipe. Ich glaub, einen Puff brauchen wir nicht. Oh, wie... Guckt euch mal an! Was ist das denn hier? Wie geil ist das denn? Der Mond geht über dem Meer auf oder dem Wasser auf. Und hier mit ein bisschen Cobblestone sieht's sofort aus wie eine Kaimauer, oder nicht? Also, es sieht sofort aus wie ein Hafen. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Sag bloß... Boah, ich dachte schon grad, ich kann nicht schlafen gehen. Ich drehe am Rad. So, bleibt schön alle weg. Keiner kommt hierher. Hammer, wie das jetzt aussah. Oder auch hier jetzt wieder. Guckt euch das an. Es fährt da hinten in den Fluten. Warum auch immer. Keiner weiß, warum es baden ging. Pferd, warum ging es du baden? Ich mach da gleich zu. Hier. Die Sekte kann wahrscheinlich dann vom Hafen aus in der Kanalisation... Oh, genau. Das ist überhaupt gar keine Adenthaler-Sekte. Das ist eine Sekte, die von außerhalb kam. Und die hat sich dann hier, als sie in Adenthal angekommen ist, von der Kanalisation aus in das Herzen Adenthals vorgegraben. Um da jetzt halt den giftigen Stachel zu setzen. Ihre Weltuntergangs-Sekte. Genau, das wird so eine richtige Weltuntergangs-Sekte. Oh mein Gott. Und eigentlich wäre es dann auch mega cool, wenn die so Weltuntergangs-Sekte... Ich muss das Ganze jetzt hier aber doch mal ausleuchten, glaube ich. Gib mal her. Ach guck mal, ist ja auch gar nicht weit. Dann machen wir es einfach nur zu. Und zwar einfach nur hier so vorne zu. Ich setze hier einfach mal ein bisschen Erde noch drunter. Ja, ja, ja. Da noch hin und der Rest muss nicht. Nö. Ah ja, hier noch vielleicht so. Okay. Ist das richtig? Ist das richtig so? Ja, ist das richtig so. Ah, brauchen wir gar nicht. Der Cobblestone hätte nicht sein müssen. Nicht unbedingt. Wie schnell das geht. Und noch einer. Und wieder ein bisschen auffüllen. Oh nein, das ist zu viel. Prima. Ach, ich habe schon gleich so viele Ideen, was die Verzierung des Ganzen hier angeht. Man könnte jetzt rein theoretisch auf die Kaimauer auch schon sowas wie, ähm... Ich habe Slaps dabei, aber nicht so die richtig guten Slaps. Man könnte das machen theoretisch wie eine Stadtbauer, ne? Bisher hatten wir ja keine. Bisher sind wir absolut, ähm, mauerlos. Stadt mauerlos. Haben nur so einen kleinen Zaun, der nicht wirklich viel abhält, aber naja, egal. Ich denke, gleich reicht es dann aber auch für heute. Oh, das geht ja noch richtig weit hier. Okay, dann machen wir es noch bis hierhin. So, fertig. Bisschen Erde drunter. Genau. Dann können wir das hier noch pflastern. Schöne Laternen kann man dann hinterher da draufsetzen. Oh, wow. Krass. Gleich mal auf der Karte angucken, wie es aussieht. Ähm. Nun, dann nehmen wir hier nochmal was weg. Wie gesagt, das geht ja jetzt mega schnell hier. Habe ich noch Platz? Oh ja, wir haben wieder ein bisschen Platz geschaffen. Brrrrm. 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 Oh Gott, das geht so schnell. Ich hasse sie und ich liebe sie, die Diamantschippen. Ich hasse sie, weil sie so unberechenbar sind. Ich liebe sie, weil man so schnell damit ist. Ich hasse sie, weil sie an Diamanten kosten. Ich liebe sie, weil sie nur einen Diamanten kosten. Ihr wisst, was ich meine, oder? Okay. Dieses Lied, was ja hier in meiner Playlist ist, erinnert mich immer so ein bisschen an The Walking Dead. Und zwar an alle Folgen, in denen sie so aufbauen. Wisst ihr? Wenn sie so ihre Heimstatt, ihre Neugewonnene aufbauen oder ihre Alte ausbauen. So Routineaufgaben. Das sind immer Folgen, in denen solche Musik drin vorkommt. Und es ist ja hier auch so ein bisschen wie Apokalypse, wie Endzeit. Gar nicht mal wegen der Zombies, die es hier nachts gibt und den anderen Gesocks, was hier halt nachts durch die Gegend rennt, sondern einfach auch, weil Adental nun mal eigentlich am Rande der Zerstörung immer ist. Also es fehlt immer nur ein bisschen was. Aber die Zeitung hat schon lange nichts mehr geschrieben, wobei wir auch schon lange nicht mehr nachgeguckt haben. Ich bin ja ein bisschen feige, was das angeht und habe schon etwas länger nicht mehr nachgeguckt, ob es mittlerweile eine neue Bart gibt. Das sollten wir mal machen. Ich gehe aber davon aus, dass es keine neue Bart gibt. So, jetzt mal das hier noch herzumachen. Okay, boah, krass. Guckt sich das an? Voll gut. Ah, wenn, dann machen wir es jetzt hier unten aber auch noch eben schick. What? Boah, er sitzt bestimmt hinter der Treppe und lacht sich hier schäckig. Oder? Ich höre Hexen! Im Ernst? Was sind Hexen, die sich hier kaputt lachen, oder was? Nee, alles gut. So. So. Zing, zing. Dann hier noch. Oh, ja, alles gut. Ich dachte gerade schon, was kommt jetzt? Aber der Server hat einfach nur die Welt gespeichert. Das ist völlig in Ordnung, Server. Das darfst du weiterhin tun. Habe ich nichts gegen. Mach das ruhig. So, äh, da kommt überall Stein hin. Dann setzen wir das jetzt auch erstmal. Braucht wieder Platz im Inventar. Das hätte ich da vielleicht anders machen sollen. Ein bisschen, äh, weniger eckig, ja? Naja. Sieht so schlecht jetzt auch erstmal nicht aus. Aha. Ja, Sand, keine Ahnung. Nee, ich glaube, Sand kommt wirklich nur ganz, äh, direkt am Wasser. Ja, das Wasser muss ja auch hier gar nicht so flach sein, ne? Wir können ruhig hier tatsächlich den Sand so aufschütten bis hierhin. Denn sonst haben wir überhaupt keine Fahrtiefe hier für unsere Schiffe. Also ab da geht's dann schon. Da kann dann auch ein ordentlicher Schoner hier im Wasser liegen, kein Problem. Aber wenn's, äh, zu flach ist, wie sollen die dann jemals hier ablegen, ne? So. Wow. Gut, aber ihr habt dann sicherlich einen Eindruck. Wie ich mir das Ganze vorstelle. Und dann kann ich, wie gesagt, immer mal wieder auch hier Arbeiten im Off erledigen. Oder meine Motts, wenn die Lust haben, können die auch einfach hier an der Kaimauer weiterarbeiten. Und wir kümmern uns dann, denke ich mal, einfach als nächstes um die Gebiete dazwischen. Das heißt, wir müssen Bäume wegroden. So. Genau, perfekt. Gut gemacht. Ja, und uns dann überlegen, welche Gebäude da hin sollen. Wie gesagt, herzlich gerne in die Kommentare, was ihr euch direkt hier am Hafen vorstellen könnt. Und was ihr, was ihr ganz gerne einfach als nächstes bauen würdet. So, das nehmen wir weg, das nehmen wir weg. Und der Rest ist soweit schon okay. So. Verdammt, hier fehlt einer. Aha. Da macht nichts. Rein mit dem Cobblestone. Ist jetzt nicht so, als hätte ich Cobblestone-Knappheit. Habe ich bestimmt irgendwann wieder. Aber dann muss ich halt mal einfach Stripmine gehen. Und dann kommt auch das von ganz alleine wieder. Huch, ich wollte doch genau da Sand reinmachen, Mensch. Wen schon, denen schon. Dann sollte es auch hübsch aussehen. Genauso hier, ne. Eigentlich hier so. So, würde ich sagen. So, ja. Und hier nehmen wir es noch ganz weg. Aha. Hingekriegt, ohne dass ich hier zu viel weggenommen habe. Ach, schaut an. Und da ist ja auch meine Playlist schon wieder ausgelaufen. Das ist auch echt eine Sache mit dieser Playlist. So, ach genau. Die hier mache ich noch. Und dann machen wir aber auch Schluss für heute. Ja, ich komme schon noch zu euch. Oder nicht? Dann müsst ihr halt eben ewig da unten weiter knurren. Wartet mal. Wo gibt es denn hier? Wo stehe ich denn jetzt? Ach, voll gut. Man kann es jetzt schon als Keimauer erkennen. Schaut euch das mal an. So, wartet mal. Wo sind jetzt die Caves? Topografie. Caves. Los, zeig mir Höhlen. Oh, scheiße. Es ist schon wieder dunkel. Wie konnte es denn so schnell dunkel werden? Wow. Verdammt, danke. Nee. So, was ich passiert? Oh, mach. Du bist leidig. Du bist leidig.